Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Food Haul. Ja, lange gab es jetzt hier kein Food Haul auf diesem Kanal. Das lag ja zum einen daran, dass wir im Urlaub waren, aber zum anderen auch daran, dass hier auf diesem Kanal gerade sehr wenig Content kommt und auch auf meinem Beauty Kanal. Ich schreibe meine Bachelorarbeit binnen den letzten Zügen und das hat einfach Priorität. Aber ich war gerade eben einkaufen bei Kaufland. Ich habe verhältnismäßig viel ausgegeben dafür, dass wir eine sehr verrückte Woche haben. Marcel ist krank und deswegen wird er halt hier zu Hause manchmal essen. Dann haben wir noch Sachen von letzter Woche, die wir diese Woche essen und ich gehe zweimal in der Mensa essen in der Uni, denn ab heute, heute ist mein erster Unitag, ja, geht es los mit dem Master und deswegen wundert es mich, warum ich eigentlich so viel ausgegeben habe. Es waren nämlich 37 Euro. Ich starte mit der Gemüsetasche. Ich habe als erstes einmal diese kleinen Mini Tomaten gekauft, diese Mini Roma Tomaten. Dann natürlich Bananen, die müssen ja bei uns immer mit, weil wir die für alles mögliche essen. Außerdem habe ich ein Netz rote Zwiebeln gekauft. Das sind meine Lieblingszwiebeln, das habe ich euch auch schon öfters erzählt. Dann habe ich noch ein paar kleine Kartöffelchen hier gekauft. Dann habe ich, um Vitamine in Marcel reinzupumpen, auch noch ein Netz Mandarinen mitgenommen. Die Mandarinen-Saison geht jetzt ja los, jetzt im Herbst. Und für uns beide habe ich dann noch ein kleines Stückchen Ingwer mitgenommen, weil wir halt in den letzten Tagen besonders sehr viel Ingwer-Zitrone-Tee getrunken haben. Dann geht's weiter mit meiner großen Tüte. Und ich starte wie immer mit einem Toastbrot in der Richtung Vollkorn für Marcel, damit ihr nicht in Touch seid, dass es fehlt. Ich habe die letzte Woche ziemlich gut, ja, versucht auf Gluten zu verzichten und hatte deswegen letzte Woche auch kein Brot für mich. Diese Woche habe ich mir wieder eins mitgenommen und zwar so ein Krustengraubrot. Ich mag das sehr, sehr gerne. Dann war unser Backpapier leer und da habe ich einmal diese neuen Backpapier-Zuschnitte gekauft. Am Ende erzähle ich euch wie immer unseren Essensplan. Und heute wird es das hier in verarbeiteter Form geben. Ich habe von der Rögenwalder Mühle das vegane Mühlenhack mitgenommen, weil wir heute Spaghetti Bolognese essen werden. Außerdem werden wir einmal gefülltes Naan haben diese Woche und dafür habe ich mir noch mal bzw. uns noch mal das Pulled Pork mitgenommen von der Like Meat Marke. Das ist mittlerweile unsere bzw. vor allem meine absolute Lieblingsmarke. Und ich habe mir dann noch einmal Grillkäse mitgenommen. Ihr habt mir beim letzten Mal alle geschrieben, dass Kaufland Grillkäse hat und ich habe die Grillkäseabteilung gefunden. Endlich! Und außerdem noch einmal Fischstäbchen, die sind dann für Marcel, der Käse für mich. Die sind aber schon in der Friedruhe. Dann habe ich zweimal passierte Tomaten mitgenommen für zwei verschiedene Gerichte. Außerdem einmal Gratin und Pizzakäse in Leucht und Würzig. Und ja, auch der ist für ein Gericht diese Woche und es ist kein Nudelauflauf. Kein Nudelauflauf diese Woche. Außerdem habe ich dann noch einmal neue Milch mitgenommen. Wir kaufen hier fast gar keine normale Milch mehr so. Aber es wurde mir wieder Zeit, dass wir eine nachkaufen für Kartoffelpüree. Benutzen wir die nämlich. Dann habe ich für Marcel als Aufschnitt diese Woche einmal Salami mitgenommen. Das mache ich eigentlich fast immer. Das machen wir fast immer, weil er das eigentlich am liebsten mag im Moment. Dann war mein Deo leer und das andere Deo, was ich noch da hatte, darauf bin ich scheinbar allergisch. Deswegen musste ich mir jetzt mein Deo nachkaufen. Das ist von Nivea, das Black & White, Black & White, Invisible Antitranspirant Clear. Und ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Außerdem habe ich mir eine neue Zahnbürste mitgenommen. Ich glaube, dass sowas ist halt auch der Grund, wenn es dann schnell teuer wird, eine Zahnpasta, Deo, Backpapier, diese Sachen halt zum nachkaufen. Auf jeden Fall ist das hier eine in super soft, weil ich momentan ein bisschen Probleme habe mit meinem Zahnfleisch. Ich denke mal, das kommt vom Stress. Ebenfalls leergegangen ist unser Mundwasser. Und da habe ich dann hier auch die Variante in Sensitiv mitgenommen. Und natürlich dürfen Spaghetti nicht fehlen, wenn wir Spaghetti Bolognese essen heute. Dann habe ich mir von Exquisa. Wir kaufen ja eigentlich fast keine Markensachen. Aber bei Kaufmann, habe ich fast gestellt, sind voll oft so Markensachen im Angebot. Guck mal, kein Food haul ohne dich. Jedenfalls habe ich einmal mir den milden Skier von Exquisa mitgenommen. Habe aber natürlich trotzdem noch einen Joghurt mitgenommen. Aber statt zwei Joghurts habe ich einmal Skier, einmal Joghurt. Außerdem habe ich mir dann als Aufstrich noch Körnigen Frischkäse in Light mitgenommen. Ich liebe Körnigen Frischkäse. Dann habe ich noch einmal Magerquark mitgenommen. Tatsächlich für ein Gericht und nicht für mich zum Essen. Sonst mache ich das ja immer, nehme ich das für mich mit. Und ebenfalls im Angebot war der Alpenfrischkäse von Almette in Balance Schnittlauch. Und von Pommersche war dann noch die Leberwurst im Angebot. Da habe ich Marcel die in der Variante Schnittlauch mitgebracht. Dann wollte ich ja für meinen Joghurt, beziehungsweise meinen Skier eigentlich meine Himmel aus dem Glas, wie immer. Aber habe dann gesehen, dass Pflaumen im Angebot sind. Und ich mag halt diese eingelegten Pflaumen gerne. Ich mag frische Pflaumen gerne. Ich war erst bei den frischen Pflaumen, beziehungsweise Zwetschgen. Und die waren nicht so schön. Und dann habe ich gedacht, nehme ich mir einfach mal ein Glas davon mit. Außerdem haben wir noch einmal sechs Eier mitgenommen. Dann habe ich noch eine Dose Mais gekauft. Und stellvertretend für einen ganzen Haufen, der noch in der Tüte ist, Juna-Futter. Ganz viel davon. Und natürlich habe ich uns dann jetzt auch noch Brötchen mitgebracht. Marcel war gerade beim Arzt und jetzt frühstücken wir zusammen. Und ich habe einmal so eine Laugenstange mit Käse. Marcel hat zweimal ein Brötchen mit Sonnenblumenkernen. Und etwas, was Kaufland hat, was ich so lecker finde, ist das hier. Das ist ein Blätterteighörnchen gefüllt mit Schokolade auf der einen Seite und Pudding auf der anderen Seite. Entschuldigung, wie hat sich bitte so etwas Geniales ausgedacht? Kommen wir jetzt zum Essensplan. Also, wir werden jetzt, wie gesagt, frühstücken. Und ich werde das Mittagessen dann nicht mehr mitessen. Ich koche Marcel das dann später und esse meins heute Abend, wenn ich von der Uni wiederkomme. Aber es gibt heute Baguetti Bolognese. Morgen werde ich etwas kochen, was wir halt noch da haben. Und zwar von letzter Woche einen Kürbis mit Süßkartoffeln. Also eine Kürbis-Süßkartoffelsuppe. Und dazu haben wir noch Focaccia. Marcel wird die dann Mittwoch auch noch essen. Und ich selber werde aber Mittwoch in der Uni essen. Ich werde auch Donnerstag in der Uni essen. Und Marcel wird Donnerstag auf der Arbeit essen. Richtig spannend für euch. Am Freitag werde ich einen Kalzonan machen. Also selber eine Kalzone mit dem Mais, den passierten Tomaten drin, mit dem Käse drin, mit dem Pulled Pork drin und Avocado. Die fehlte noch, aber es gab keine guten. Am Samstag gehen wir mit einem Freund essen von uns als Dankeschön dafür, dass er auf Juna auch gepasst hat, als wir im Urlaub waren. Der Vlog aus unserem Urlaub wird übrigens auch noch kommen diese Woche. Und am Sonntag essen wir Kartoffelpüree mit Grillkäse bzw. Fischstäbchen. Ich hoffe, wer mal sehr, dass euch dieser Foto gefallen hat. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!